Hallo und Hallo! Heute kündigen wir zwei neue Formate an. Zum einen machen wir einen Tipp der Woche. Da sind immer kleins, so kleine Videos drin, 20 Sekunden, 30 Sekunden Sachen, kleine Tipps und Tricks einfach, wo man sagt, das ist vielleicht kein großes Video wert, aber das soll einmal gezeigt werden. Die andere Sache ist, wir machen eine neue Fragestunde, fragt den Biokorps, da stellt ihr einfach Fragen, könnt ihr gerne hier drunter schon mal posten. Das, was euch interessiert, zum Thema Lebensmittel und ich hoffe, dass die gut ankommen.